In Hamburg ist am Mittwochnachmittag ein Nahverkehrsbus in die Frontscheibe eines S-Bahnhofs gekracht. Aus bisher noch ungeklärten Gründen verlor die Fahrerin des Busses die Kontrolle über das Fahrzeug. Sie und eine weitere Person wurden mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Ein Augenzeug des Unfalls machte diese Aufnahmen, die zeigen, wie der Bus über einer Rolltreppe hängen blieb. Ein Bergungsunternehmen und die Hamburger Feuerwehr brauchten rund fünf Stunden, um den Bus zu entfernen.